Bitte nicht vergessen, am kommenden Freitag ist es wieder so weit, 19.15 Uhr, W24, die Rapid Viertelstunde. Es wäre schön, wenn ihr wieder mit dabei seid. Es gibt interessante Themen. Wir waren mit der Kamera dabei bei der Release Party von Forza Rapid, der Hütteldorfer Revue. Da drehte sich alles um die Titelgeschichte, nämlich die Ultras Rapid. Ich bin jetzt schon so lange da und habe natürlich ein sehr gutes Verhältnis zu vielen von den Jungs. Die ich wirklich schon seit 15 Jahren kenne und wo ich auch sagen kann, dass einige von ihnen, vor allem von der alten Generation, wirklich meine Freunde geworden sind. Unser letzter Meistertrainer ist im World Rap zu Gast in unserer Rapid Viertelstunde. Die Rede ist von Peter Bakul. Den Meistertäler damals in der Hand gehalten im Hanabi-Stadion. Das sind natürlich schon Sachen, wo man Gänsehaut kriegt noch immer. Also einschalten, 19.15 Uhr, kommender Freitag, die Rapid Viertelstunde auf W24 oder im Internet auf www.w24.at. Ich freue mich.